und willkommen zurück zu let's play desi um 20 uhr endlich wieder und zwar mit ein bisschen action die wir produzieren möchten zumindest was geht leute hallo leute es geht marian mit dabei der aber irgendwie aus dem süden kommt und ist nicht ganz so ja sagen wir mal gepeilt hat wie es zum airfield geht ich habe mich viermal glaube ich verlaufen und bin jetzt wieder okay also wir wollen auf jeden fall wir wollen auf jeden fall ein bisschen das airfield aufräumen auf einem freundserver genau dazu haben uns ein mega mitgebracht das ist kochan meint sich jeder nackt wenn ich vor ich finde ich ja was machen wir erinnert ihr das gebäude wo wir gerade schon drin war auf dem leeren zimmer na klar so sollen wir da erst mal irgendwie rein sneaken natürlich können aber auch da hinten erst mal auf von also von ganz außen quasi ja das von ganz außen obwohl das industriegebiet ist schon gar obwohl da ist ja auch so mit mauern und so ne ist halt die große frage einfach rüber raschen meinst du rüber rennen ja ich meine wir sind ja relativ safe hinter der mauer das war außer kommen wir kommen wir hier durch durch den zaun ficken hier vorne ist eine lücke weißt du weißt du was passen würde da vorne patrick gerade auf dem weg zu ja auch ihr sterbt einfach nein wir sterben nein wir nie hallo ja also auf meine andere seite zum airfield da patrick ist schon an der halle halt ja wie lange nicht aufgenommen habe weil er kennt sofort wer wer ist einfach ne ja wir haben echt lange nicht aufgenommen wir haben tierisch vor produziert hinter uns ist ein zombie mit axt oder was ja ich mache okay mach 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 laut laut er nimmt die achsel ja bei mir jetzt auch noch eine stunde schlager oh gott ok was macht ihr denn schon wieder voll sneaky einfach haut da gegen die wand alter kann man tür zu machen hier ja pistol flashlight der ist wieder am looten alter wo denn patrick hier ich bin oben 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 in der halle oben auch über uns lol lass mal aus dem fenster gucken wie alle lol sagen oh stimmt ja das sollten uns abgewöhnen tatsächlich zuschauer die gesagt haben ey lass das mal hier penner so ist schon pizmi niveau und das rülpsen war pizmi niveau ach genau wer war das luci war das ne ich war das ne hallo nach 50 folgen nach 50 folgen der sieg kann man ruhig mal ins mikro rülpsen ja na sicher na klar was war das super es war super spontan und ich fand es super geil go leute go 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 war doch auch die folge die gestern rauskam oder heute ne gestern ok wo sind jetzt eigentlich die poys auf dem airfield also wo finden wir player äh player ist eigentlich ich würde eher sagen in einem an dem hangar an der mitte also an dem tower gehen wir da rechts in die baracke äh ja da wollte ich jetzt mal reingucken alter extra drei stunden zum airfield gespratzt ne und jetzt sind da keine dreh ja die hocken alle die hocken alle im berezino bestimmt wieder ja aber bere und sweat gehören uns blue press vest green cargo pants ich glaub die zieh ich mir mal an oh sexy ja oh zieh dich aus green cargo pants oh bitte oh bitch please jetzt habe ich irgendwie den stuff verloren den ich in der braunen hose hatte ne kann ich dich noch mit tactical bacon einschmieren und so voll sexy vom bauch essen wie wenn ich bei so einer mitten im leben folge ist in den speck aus dem nabel lecken ja da gab es ja mal eine folge ne da hat so ein typ ja spagetti ne bolognese ne hat sich das zeug auf dem bauch und vor allen Dingen liegt auf dem tisch ne in unterhose liegt auf dem tisch in unterhose und dann noch socken ein alter und dann ja alte spagetti badly damaged socken socken badly damaged genau der typ war badly damaged der war brain damaged jeden alter ja aber es kommt ja aber auch nur noch azitv auf diesen ganzen sendern weißt du kannst du vorher vergessen ich gucke kaum noch fernsehen das war ich auch nicht aber ich meine gut das verlagert sich jetzt halt verlagert sich jetzt halt so so internet einfach mit mit diesen ganzen ich hätte fast einen namen gesagt aber let's play meinst du ne also ich meine also ich würde tatsächlich ähm wenn eine serie werbefrei auf youtube kommt oder auf irgendeiner anderen plattform würde ich dafür bezahlen ja keine schmerzen da käme ich hafen auf den preis an ne also diese dvd preise würde ich nicht bezahlen ne natürlich nicht aber so so streaming meinst du wie maxdome oder wie das heißt geht natürlich auch noch andere streaming plattformen wir sind schon wieder zum beispiel ähm lovefilm ist doch das von amazon ne ah ja genau das ist gar nicht so teuer dieses lovefilm hier liegt eine sks am hangar aber ach am hangar seid ihr schon boah luci ich auch ich stehe vorne alter schon bei den hangar alter naja ernst alter warte du du weißt du weißt aber schon bei welchen hangar ne oh boah wer du bist in die andere richtung gerannt oh oh haha ich komm wieder zu oh ich geh zurück ich hole ihn luci fällt gleich irgendwo runter ich hole ihn nein quatsch so wie ich vorhin das findet der nini alleine ja stimmt daniel war krank und äh und ich war es nachgeschwungen maria wollte ihn stuff suchen und springt vom hoch aus ja das war so bitter hast du jemanden von uns gesehen luci ne aber da vorne sind zwei hangare hangare ey wir sind solche helden weißt du dreieinhalb dreieinhalb stunden haben wir gebraucht um hierher zu kommen ja und ich brauche luci um erstmal wieder verschwunden zu sein ne weißt du ich bin immer noch nicht da brauchst du einen schuss um uns zu finden wer ich ähm sag ja lol ja sag ja lol ach so ah ok wo bist du petrek ähm ich bin jetzt schon weiter gegangen in die richtung jetzt warte doch ey ja alter wieder voll verloren war und dann kommt doch da hier so ein gebäude quasi ja ich sehs da wo wir schon mal drin verreckt sind ja genau oh ne ok jetzt carbonino da war das nein nicht in dem aber in einem der hangare hier da kommen erinnerungen hoch ja schieß schieß mit kill und zeit da ist einer lol super macht sie ja und wie ich mir da shotgun auf den schieße ne der 50 meter entfernt steht boah alles schon gelootet nur in der nahe bist du schon im gebäude ja ich komm da jetzt auch mal rein ah da ist nix echt also außer oh fuck 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 ist zombie alter du bist da patrick lol heisst dass die mal auf Luzi warten ne ich bin ja schon da kein Thema in das grüne gebäude da ne ja ah was haben wir denn hier feines jungle drop your weapon drop your weapon oh jetzt bin ich auf jetzt bin ich auf scheiße es ist ja dass wir hier sind hat jemand von euch spray dabei irgendwie äh ne 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 ich will jetzt nicht so einen blauen UN-Helm aufziehen sondern grün schwach ja ok ich nehme was anderes und nehme den erstmal mit einfach nur lol was hier oben alles rum liegt ey Jungs wollen wir zu den Zelten noch ja wollte ich gerade sagen ja ne ja können wir ja Zelte alter das macht so neugierig da ne wo seid ihr denn jetzt schon wieder auf der anderen Seite vom Gebäude draußen moah ok ab geht's Zelte oh wie er schon wieder so ist alter ja ja äh nicht laufen alter ja vorhin keiner reagiert äm nene ich bin ne oh g immer schön so auch mal auf die andere Seite des Airfields gucken und so Meinst du? Tactical Bacon, meinst du? Auf jeden. Oh Gott, was, Alter. Achtung, Baum. Nur mit den Füßen drin, alles ruiniert. Ja, wie er lol sagt, was ist denn? Ja, stimmt. Ihr müsst euer lol, Alter. Das ist wohl die Gewohnheit. Lass mal lieber Roffel sagen. Roffelkopter. Lol, er hat Roffel gesagt. Lol. Hört mal auf mit Roffel. Mit was? Jetzt ist Schluss mit dir. Okay. Wieso geht der Neger eigentlich schon wieder vor? Weil? So ein Job einfach. Ja. Steh mal auf, Daniel. Hinter dir ist ein Zombie, ne? Nieder saß. Kriegst du gleich. Ja. Mach mal was. Nö. Fabluzzi, leg an. Meinst du? Ja, das ist mir zu wertvoll. Das ist so ein Schuss. Alter, nee. Oder? Oder? Nee, oder? Alter, wo ist denn jetzt die Straße wieder? Patrick geht schon in Deckung. Ja, ist doch besser so wahrscheinlich. Da liegt doch nur Scheiße drin, hier. Ja. Ja. Obwohl die Stöcke, die Stöcke. Aber, da ich Platz hab, nehm ich die mal mit. Nimm die mal mit, ja. Man weiß ja nie, wo man mal runterfällt. Das könnte richtig sein. Wo man mal runterfällt? Wo man mal runterfällt. Ach so, Alter. Lol, das sind Zelte. Mann mal. Fuck ey, lol. Twitter und Issen kann doch nicht wahr sein. Wie hast du schon wieder Leute gesagt? Alter, jetzt pass mal auf hier. Ja, ich muss mich auch ein bisschen beherrschen gerade. Oh, Cabanino, Alter. Ich bin so nah dran, ne? Sehr schwer. Cabanino, endlich, ey. Zelte. Ja, was machen wir jetzt? Einfach reinrennen? Jetzt, jetzt, jetzt. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, ich renne einfach rein. Alter, nächste Folge bin ich dann, glaube ich, auch mal bei euch. Ihr könnt überall Player sein. Ja, aber Zombies sind im Moment die größte. Ich weiß nicht, ihr seht schon kommen, wenn ich nach deinem Server wechsle zu euch. Ihr seht mich. Player, Player und ich bin tot. Hinter den Zombies. Oh Gott, Alter, drei Zombies. Wow, fuck ey. Soll ich mir das hier nicht vor... Alter, ich hab mir das ein bisschen anders vorgestellt hier. Dachtest Player, warum jetzt Zombies? Das ist noch ein, warte, warte. Hast du? Sicher. Oh mein Gott. Okay, safe. Hier war ich heute schon. Ich war's. Lol, habt ihr Verbandzeug? Ja. Ich leg dir eins hin. Liegt am Boden. Ich liebe dich. Oh, schon wieder ein Geständnis. Alter, beschütz mich, beschütz mich. Achso, 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 achso. Alter, da kommt Zombie. Ja, warte, warte, warte. Renn weg. Was macht denn der? Lol, der Bug. Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Na, was ist denn? Tod. Warte, warte, warte. Oh, warte, warte, warte. Wer ist tot? Alter, wie er blutet. Alter, ich bin jetzt nicht ernsthaft. Ich bin gleich am Airfield und ihr sterbt mir alle weg. Nein, nein, nein. Nein, alles safe jetzt. Alles safe jetzt. Nur Daniel. Alles safe. Ja, warum? Ich sehe das Airfield, Alter. Oh, was? Sag Bescheid, sonst knallen wir. Okay, alles klar. Dein Schädel rein. Ich bin doch auf dem anderen Server, du Held. Ich muss erst nur wechseln. Das stimmt. Ich schüttel jetzt den Zombie hinter mir ab und wechsel meinen Server. Goal. So. Aber nur, dass ich schon weiß, wo seid ihr denn im Airfield? Ein Tower oder? Nee, bei den Zelten. Ganz im Norden. Wir gehen zelten. Hahaha. Alles klar. Ja, das mache ich jetzt hier noch, weil der Server ist relativ leer. Hallo, Freunde. Da ist ja jemand drin. Hallo. Ja, aber das erste Mal, dass ich sehe, dass hier überhaupt Stuff drin liegt in so einem Ding. Das ist wahr. War es noch vier Uhr morgens? Ja, älter. Alle Zelte leer. Alle Zelte leer, Alter. Alter, weil ich brauch hätte auf so ein Update, ne? Um jetzt hier so ein Panzer zusammenzubauen. Hallo, Assi. So Jets und Panzer, Alter. Wir sollten nicht alle in die gleichen Kippen reinlegen. Meinst du? Ich habe Angst alleine. Ja, geht mir genauso. Wir können natürlich auch uns hier irgendwo auf die Lauer legen, ne? Meinst du, hier kommt auch mal jemand vorbei? Aber jetzt mal ehrlich, wir haben jetzt in den Zelten bisher nichts gefunden. Ich vermute fast, dass alle wissen, dass es hier nichts gibt und deshalb kommt hier auch keiner her. Nur so Mongos wie wir halt, die eigentlich keinen Plan haben. Ich hätte ja wieder Bock auf Berizzino, Jungs. Ja, genau. Ja, Alter. Lass uns mal alle umbringen jetzt so nach Berizzino. Alter, guck mal hier, Uni. Uni. Uni, wort meinst du? Lol, Uni. Tische und Stühle. Und ein Zombie. War bestimmt der Lehrer. Also ohne Scheiß. Ich glaube, wir finden hier nichts. Oh, es kommt dieser Kackzombie noch hinterher. Ja, aber ich meine, haben ja schon viele Leute gesagt, dass hier eigentlich ein dickes Dach fliegt, ne? Nö, wer denn? Ehrlich? Nö, wer denn? Ne, aber so allgemein. Leute, die halt irgendwie... Hatte ich doch irgendwas. Ne, doch nicht. Boah, auf den Knisfeld, Alter, wo ist es denn jetzt hier? So allgemein. Wie der nervt. Okay, ich glaube, das ist die Military Base. Cool. Okay, da habe ich die Military Base. Was ist denn? Das ist der F-Low-Own-Bit-Sein, oder? Ah, was seid ihr Mongos? Lass mich doch nicht allein mit dem Zombie, ey. Ja, wenn zwei Stück hinter mir her sind. Was, 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 was? Ruder einfach die Axt raus, ey. Ja, ich habe schon zweimal gedrückt, der macht nichts. Hier ist die Military Base. 100k sagst du? Alter, zum sechsten Mal jetzt. Der Router ist im Keller. Der Empfang ist scheiße. Boah, ich will dich doch nur nacken. Alter, du bist im Keller, was? Was? Nein, schön wär's. Der ist schon 100k. Ja, aber um mich zu bedrohen, geht's mit der Axt, oder wat? Größtes Spack, whatever. Ja, lass mal zurück zu den Buildings gehen, da hinten. Ja, komm, lass voll jetzt rein stratzen. Ja. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 100 Jahre. Ich habe gemeint, du hast einen Stopp-Ur-Nut. Alter, keiner hat gesagt, ich soll anmachen. Ach so. Das sind, glaube ich, schon wieder 20 Minuten. Quatsch. Never. Na klar. Ein bisschen geht noch, ey. Special-Folge. Ja, Special-Folge lohnt die Roadtrip, Alter. Genau. Ging voll ab bisher, zwei Spieler getötet. Lord, Glasscherbe. Wer trinkt? Wo, in deinem Zimmer, oder wo? Ah, Alter, wer trinkt, ne? Er ist so ein alter Troller, ne? Ja. Jetzt musst du auch schießen, Patrick. Ja, wenn er mal anlegen würde, der Idiot. Ah, jetzt. Ja, es leckt ja irgendwie. Ich habe das Gefühl. Lord, sind wir intelligent. Ey, Jungs, es kommen jetzt alle Zombies. Oh, Gott. Ich will den Flame gar nicht wieder sehen, ne? Alter, hinter uns. Ich will den Scheiß hin. Welchen Flame meinst du? Weil ihr wirklich keinen Konzent steigt, oder was? Ja, weil wir uns wieder mega unprofessionell verhalten. Ah, yes. Ach, Gott, echt. Ach, ansonsten bist du professionell, oder was? Ja, klar. Warte mal, meine Musi ist leer. Lol. Zombie verschwendet. Ich muss mal abchecken. Aber ich kann es nur immer wieder sagen, der Himmel sieht so geil aus in der Sine. Du bist bewirkt gerade. Und ich bin gerade genau unter der Sonne zwischen diesen ganzen Wolken und das ist einfach... Alter. Ne, lol, das war deiner. Oh, Alter, ich muss so nah dran sein. Äh, Jungs, ich glaube, das ist keine gute Idee, hier so weiterzumachen. Ja, ach, nee. Alter, so viele Zombies können das ja gar nicht mehr sein. Die kommen immer wieder neu. Ey, ich hab dir gar nichts getarnt, um nur... Ah, wie sie immer noch das sagen will. Sag doch. Ne, sonst... Scheiße, oder nee? Wo ist eh schon für ein... Patrick, was machst du denn da jetzt wieder? Na, ich gucke, wo wir Player sind. Wie er schon auf dem offenen Feld rumrennt. Ne, Alter, lass uns links lang gehen. Ich geh da auch nicht so weiter. Alter. Wir haben eine neue Family am Start. Auf jeden. Wo rennt denn die hin, die Alte? Das ist mir egal, Hauptsache, Mensch. Weil die sind im Wald, oder was? Mit dir alleine, hm. Oh, Daniel, er ist wartet im Wald. Wie eine Stadt, fick dich. Wie kann es denn sein, dass ich mich permanent nur verlaufe? Kompass FDW, meinst du? Ich bin kurz vorausreißen, ich schwör's dir. Loll, aufnehmen. Trolaloll. Komm, komm, komm. Was macht ihr denn? Jawoll, schön. Was geht's für mich, ey? Double Penetration war das gerade. Loll. Ach, die im Wald, oder was? Solche Worte kenne ich gar nicht. So, jetzt lass mal Gas geben, ey. Ich will Player finden. Dann google mal. Ja. Ja, lass uns einfach mal hier zu diesem Feuerwehrgebäude gehen. Zu dem Tower da. Und... Loll, Patrick, der ist einer. Ja, ja. Ja, ja. Déjà-vu, Alter. Déjà-vu, ey. Deja-vu. Weißt du, was das geilste ist? Diesmal lebe ich noch. Auch gut, aber auch keiner. Sag mal, Patrick, ne? Wenn du Player finden willst, würde ich da mal hochklettern. Mhm. Gute Idee. Meinst du hier? Du bist ja gar nicht, gar nicht auf dem Präsentierteller. Also überhaupt nicht, ne? Baditach am Airfield. Baditach. Ich meine, das ist echt das Geile. Das ist ein voller Server. Wo hängen die alle ab, frage ich mich, ne? Bäre. Haben sich bestimmt genauso verlaufen wie ich, Alter. Ich finde in fünf Jahren nicht zum Airfield. Ja, sonst gucken wir mal. Weißt du, am Wochenende mal Bäre Zinugin oder so, weißt du? Oder Cerno. Oder Cerno. Und Elektro ist auf jeden Fall was los. Ich habe neulich mal einen Hardcore-Server ausprobiert. Mega viel Loot gefunden und so. Geht die Polizei hoch und bam. Einfach tot. Erschossen. Ich habe den Typen nicht mal gesehen. Einfach schwarz auf einmal. Muss ein Header gewesen sein. Willst du mal sehen, wie das aussieht? Äh, nee. So wie mein Header, ne? Dein Header? Ach, da oben im Tower mal. Ja, genau. Haben schon alle ne Weste? Ja. Ich hab ne Weste. Und ich hab ne neue. Geil. Oh, Alter. Pristine. Sexy, Junge. Alter, wir müssen mal wieder kurz hellgrün machen hier. Hellgrün? Ich auch. Aber ich geh hier rein. Ja, apropos. Ich muss auch was essen. Aufnahmepause, sagt er? Was? Ach, scheiße. Jetzt ist mein Trinken nicht da. Ja, oder? Bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Extra Folge heute. Warte mal, was ist das da hinten? Da ist ein Player. Seht ihr den? Wo? Wo ich hingucke. Nee, oder? Wer schießt denn da jetzt schon wieder? Warst du das, Patrick? Hast du geschossen? Nee. Leute, zur Sache, da ist einer. Alter, wenn ich... Ja, da ist... Da kommt, da kommt, da kommt. Da kommt, da kommt. Der hat uns gesehen. Rausladen? Nee. Hä, bist du dumm? Nein, Alter. Never. Macht was. Strategie? Ich ziele schon mal. Ich lege wieder hin. Ich lege wieder hin. Auf was schießt er denn? Normal ist es nicht. Oh Gott, shit. Campen, Jungs. Bitte steh da, bitte. Da musst du doch draufstehen, wo ich bin. Ich komm zu euch rüber. Lol, ich bin die ganze Leine. Wo die Pumpe geht. Hört das aus. Zick, zack. Hat der uns gesehen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich vermute es. Er rennt weg. Ist das jetzt ein Witz? Oh Gott. Erwischt? Nee, ich glaube nicht. Also er ist, ähm, er ist weggelaufen vor uns. Guck mal, komm mal hinterher. Los, 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 los. Ja, ja, ich bin dabei. Passiert also doch noch Action, die Folge? Scheiße, scheiße. Ich bin außerhalb der... Ah. Alter, ihr wollt nicht wissen, wie ich mich schon wieder verlaufen hab. Nee, wollen wir auch nicht. Wisst ihr, wo, äh, wo Go, wo ist? Nee. Nur lol. Alter, das ist so traurig. Ich war, ich war schon im... Warte. Ich war weg, aber nicht. Zombie, Zombie. Oh, Alter. Oh Gott. Alter, hier im Gebüsch ist ein bisschen hart. Ja, das ist sie einfach. Ihr müsst Ego-Perspektive gehen, dann geht das leichter in den Bäumen. Oh. Scheiß, Schuss. Das kam von ganz weit vorne, ne? Von links ein bisschen. Ich geh mal zum Militärgebäude, da. Sollen wir ins Gebäude rein? Keine Ahnung. Bitte überlebt, bitte. Nee, nee, noch nicht. Lass mal erstmal hier alles abchecken. Ich glaub, da kam so von links. Irgendwie, der Schuss. Da kam eher von weiter vorne, hab ich das Gefühl. Wo bist du, Patrick? Ich hab mich gar nicht gehört. Ich bin hier hinter der Mauer noch. Also hier, äh, in eurer Nähe. Ach, du bist da vorne, okay. Ich komm mal mit. Ich mach hier mal die Türen zu. Ich weiß nicht, dass der noch da drin hockt. Dann geh du mal rein halt. Lol, lol, lol. Gutes Teamwork bisher. Absolut. Okay, unten ist clear, unten ist clear. Ich geh hoch. Seid ihr noch im Gebäude? Ne, wir sind noch vorm, vorm Platz. Ist mein Platz da. Ich glaub, der ist weg. Gebäude ist clear. Ich glaub, der kämpft hier irgendwo. Boah, Alter. Nee, nee, der ist weggelaufen. Bist du sicher? Gleich her da, Alter. Ja, das muss ja nix heißen. Seid ihr direkt vorm Gebäude? Da ist Patrick, okay. Alles klar. Okay. Okay. Ich könnt mir vorstellen, dass der durchstratzt. Nicht nur Feuerwehrgebäude oder so. Also, ich würd's zumindest machen. Boah, Alter. Aufnahmepause? Ja. I don't know. Na? Erstmal nochmal saven und dann muss ich mal durchatmen. Oh, Alter. Ich hab auch immer wieder so'n Kick. Ja, ne? Das ist der Easy einfach. Okay, liebe Leute. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten geilen Mal um 20 Uhr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.